Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Montag, dem 25. Oktober 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1107. Heute habe ich euch die folgenden Themen mit dabei. Huawei, Airdesk quasi, Oppo und Danks. Ich starte gleich mit Huawei. Huawei, die haben, ich glaube, bin ich mir ganz sicher, habe ich euch letzte Woche schon berichtet, vom Nova 9, welches in Wien vorgestellt war. Doch, das habe ich. Und das kommt ja irgendwann im November dann auch in der Schweiz vorgestellt. Und oder was genau von dem Event vorgestellt wird, wissen wir natürlich noch nicht. Was wir wissen ist, dass am 11.11. glaube ich, das Schweizer Event oder die Schweizer Vorstellung dazu ist. Wenn alles klappt, werde ich damit vor Ort sein und kann euch dann anschliessend berichten. Was hat Huawei noch vorgestellt? Auch neue Wearables. Nämlich ist es die Watch GT3 in einem 42 und 46 Millimeter Durchmesser. Ach, ich liebe grosse Uhren. Und dann auch noch, was war noch, was Kleineres? Ne, doch. 4 Huawei, 4 Buds, ne, die Huawei Free Buds 4i gibt es anscheinend plus eine Adidas Running Premium Mitgliedschaft oben drauf. Das ist zumindest in Deutschland so, wie das in der Schweiz dann schlussendlich gehandhabt wird. Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Was haben wir in der neuen Uhr mit drin? Ausser, dass es ein Millimeter grösseres Durchmesser hat, ein grösseres Display, ein bisschen mehr Auflösung, ganz, ganz wenig zumindest. Einen knapp grösseren Akku mit 455 mAh und somit auch wieder 14 Stunden Laufzeit, 14 Tage Laufzeit insgesamt. Und die neuen Sensoren, die verbaut wurden, sind jetzt mittlerweile in der Version 5.0 erhältlich und sollen somit noch genauere Angaben liefern oder Messwerte. Dann gibt es einen kleinen Hinweis auf ein Video. Ich fand das spannend. Ihr mögt euch vielleicht noch an den AirPower-Dingens erinnern von Apple. Diese Ladestation mit den ganz vielen Ladespulen, die nie den Verkaufstheken erreicht haben. Jetzt hat sich ein YouTuber aus Asien, Shihi, wie man ihn auch immer ausspricht, der hat in seinem YouTube-Channel einen höhenverstellbaren, modifizierten Tisch vorgestellt, der grundsätzlich auf der ganzen Fläche ladefähig ist. Er hat aber noch so einen kleinen Twist mit eingebaut, nämlich das Ganze wird über ein Arduino gesteuert. Und sobald man das Gerät nicht länger liegen lässt, funktioniert die Charging-Geschichte nicht. Und da ist er von Standard wegen einprogrammiert, dass man es 25 Minuten liegen lässt. Das hat er da deshalb gemacht, weil er damit länger und vor allem auch konzentrierter arbeiten soll, möchte oder kann. Ich hoffe doch mal, er hat die Push-Notifications auch auf dem Nicht-Smartphone, sprich auch auf dem Desktop abgeschalten, weil sonst bringt es da natürlich nicht allzu viel. Der neue Smart Home Standort Matter, der hat sich ja leider von Ende letzten Jahres auf dieses Jahr, respektive das kommende Jahr verschoben. Nee, jetzt haben wir es. Hätte per Ende letzten Jahres fertig sein sollen, heute ist es mit dem Detail so ein bisschen, genau. Hätte per Ende letzten Jahres fertig sein sollen, im Frühling diesen Jahres hätten dann die ersten Tests laufen sollen bei den einzelnen Herstellern und die ganzen Verifizierungsprogramme hätten durchlaufen sollen. Und im Herbst diesen Jahres hätte dann das Ganze mit den ersten Produkten starten können, auf den Weihnachtsverkauf hin. Das hat sich ja, Corona sei Dank, ein bisschen verschoben, auf den Frühling nächstes Jahr, also ein bisschen ein Jahr in Verzug. Dafür hat man jetzt einen neuen Partner mit an Bord, also neben den ganzen Grössen wie Ikea, Amazon, Apple und so weiter, ist jetzt auch Oppo mit von der Partie und ist da mit als 24. Mitglied dazugestossen. Weiter und zum Schluss habe ich euch noch einen kleinen Testbericht von einem kleinen Tag verlinkt. Ich habe den Tanks, T-H-N-X Tag, das ist ein analoger Tag für euch getestet. Das ist so ein, wie heissen die von Apple, R-Dings, genau. Mein Gott, heute ist es mit den Wörtern, so ein R-Tag, jetzt ist es gegangen, ein R-Tag oder auch die Samsung-Dinger und von anderen Herstellern gibt es ja auch, wie Tiles zum Beispiel, einfach in analog. Der hat zum einen einen NFC-Chip mit drin, aber auch einen QR-Code, welcher abgescannt werden kann und dann bekommt man eine Meldung. Das heisst, ihr müsst keine Batterie einlegen, habt dafür aber auch nicht eine Live-Überwachung, in Anführungs-Schlusszeichen, also ihr seht nicht, wo das Teil ist, solange es natürlich niemand scannt. Hier ist ein ehrlicher Finder gefragt, wer sich das Ganze mal ein bisschen genauer anschauen möchte, in den Shownotes oder auf daily.giktok.ca im Podcast für euer Vertrauens findet ihr einen Link zu meinem Testbericht und da habe ich euch einen 10% Gutschein für all diejenigen, die da mal in die Richtung investieren möchten. Den Tag gibt es übrigens auch als Bändchen für kleine Kinder, wenn die mal verloren gehen würden, am Strand oder sowas, aus Silikon oder so ein gummiertes Teil zumindest und es gibt das Ganze auch als Kleber. Wie gesagt, Link ist in den Shownotes. Ich wünsche euch damit einen schönen und guten Start in die neue Woche. Wir hören uns bald schon wieder in der nächsten Episode, wenn ihr dann mögt und ja, euch einen guten Start in diese neue Woche. Bis bald. Euer Pukipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.